Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Die Festivitäten zum 10-Jährigenjubiläum sind vorbei. Haben Sie es gut überlebt? Ja, gut überlebt, gut sicher. Vor allem viele Zuschauer, die sagen, es ist wohl etwas anderes, es hat noch Publikum gehabt und dann haben sie gefragt, wer ist denn der Säbel mit diesen Haaren und so weiter. Ich wusste auch nicht, welches Bild von mir war. Die Leute haben auch gefunden, es ist eine Auflockerung. Die Sendung hat sich auch irgendwie etabliert, muss man sagen, in diesen 10 Jahren. Ja, auch die Gegner haben sich langsam daran gewöhnt und es gibt natürlich auch eine feste Zahl von Zuschauer, aber das merke ich immer mehr. Also ich bin am Samstag am Morgen, also am Freitagnachmittag ist ja aufgeschaltet worden, am Samstag am Morgen musste ich an einer Kadertagung der Partei reden und der Haufen kam am Samstag am Morgen. Ja, in einem Loch und so weiter. Also die hat ja nugend das, schon am Freitag. Jetzt hat ja die Schaffhauser Arbeiterzeit einen zweisinnigen Artikel geschrieben, er hat geschrieben, die Bedeutung habe ich nachgelassen. Wie spüren Sie das? Ja, das weiss ich nicht. Ich weiss auch nicht. Oder weisst das überhaupt die Bedeutung von dieser Sendung? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Also ich sage, wenn ich es erfahre, das sind aus Briefe, aus Gesprächen, aus Leuten, die mich sehen, sind die, die sie schauen, die Hauptbotschaft, die sie mir übermittelt, ist eigentlich, wir verstehen sie. Wir schauen diese Sendung gerne, weil wir daraus kommen. Sie legen sie einfach dar. Und das ist ja schon etwas Wichtiges. In einer Welt, in der mit dieser Füllung von Informationen über das Internet, und jeder hat es gerade bei sich, ich kann das hier im iPhone nachschauen und so weiter, kommen die Leute nicht daraus. Und die Politiker reden ja auch so, dass man nicht daraus kommt. Ich merke das selber, wenn man lange hier im politischen Geschehen ist, wo man immer aufpassen, dass man nicht mit diesen technokratischen Ausdrücken spricht, wo die Leute gar nicht daraus kommen. Und das ist auch eine Bedeutung, oder? Jetzt eine weitere Bedeutung ist, es fällt mir immer auf die Auslandsschweizer, die hier weit weg kommen, in Neuseeland, Australien, Amerika. Für die ist das ein Stück Heimat. Wir hören jede Woche einen, der noch in unserer Sprache Schweizerdeutsch spricht und über die Schweiz spricht. Die haben die Highway, wenn sie mal nicht kommen oder wenn sie nicht aufschalten können. Und die dritte Bedeutung ist, es ist jemand, der sich 20 Minuten Zeit nimmt, zu erklären, aber auch Mühe gibt, nicht einfach eine trockene Sache zu machen, sondern ein bisschen unterhaltend. Ich schaue ja keinen Fernseher, aber ich merke, wenn ich selber am Fernseher bin, dann muss man 30 Sekunden, 45 Sekunden eine solche Kurzbotschaft rausbrechen. Und da ist ja immer, immer erklären kann man es nicht. Jemand dem Zuschauer wegen dem weiss, ist es. Und das ist eine Bedeutung und jetzt machen wir das. Es hat viele, die es schauen. Man merkt auch wegen der Schaffhauser Fernseher. Die können jetzt über Zwischkomm, ja, ja. In der ganzen Schweiz schauen. Da schauen viele Leute, im Kanton Graubünden und in Marga und in Bernbiet und so weiter. Ist doch interessant. Ja, jetzt eben gerade mit der Bedeutung. Sie haben in der letzten Sendung gesagt, sie werden bei dieser No-Bilag-Abstimmung, 4. März, höchstwahrscheinlich Ja stimmen, oder? Ja, ja wohl, ja. Also für die Abschaffung der Bilaggebühren. Das ist ja dann überall zitiert worden. Und die Partei ist dann Ihnen auch irgendwie gefolgt, oder? Ja, ob sie mir gefolgt ist, weiss ich nicht. Sie hätten wahrscheinlich auch sonst. Aber ich meine, ich habe bei dieser Fernsehgebühr, wo gar keine Gebühr ist, jetzt sagen die Abgaben. Weil das Bundesgericht hat entschieden, das ist eine Steuer. Weil es ja gar nicht abhängig ist, ob einer ein Fernsehapparat hat oder nicht, oder? Und jetzt tut man ja jedem, und auch sehr willkürlich, hat der Bundesrat gesagt, die einen müssen so viel zahlen, die Gewerbetreibenden so viel, bis 35'000 Franken. Weiss gar niemand, warum jetzt, dass die so viel mehr zahlen müssen als die anderen. Und in der Schweiz ist es so, und das ist vor allem mein Beweggrund, in der Schweiz, in der Eidgenossenschaft sind die Steuern in der Bundesverfassung. Sie haben schon gewusst, warum sie es dort hier tun haben. Das Wichtigste, was die Leute haben, ist die Abgabe früher, oder? Der Zett hat immer ein Mais gegeben, weil die Leute haben ja den Zett bringen, die an den Vögt. Und heute wären wir ja froh, es wäre nur der Zett. Heute bringen wir also viel mehr mit den Steuern. Und jetzt kommt einfach so eine Vorlage und jetzt müssen alle zahlen. Also sehr viele Leute sind einfach verrückt. Es ist ja nicht die Höhe, sondern es ist das Prinzip, das man da gemacht hat. Und ich habe gesagt, ja, also ganz abschaffen würde ich es nicht. Weil es ist ja klar, die kleineren Fernseher, das Retoromanische und Italienische und die Französische, die kommen mit der Werbung allein nicht durch. Begreife ich noch. Es ist auch schweizerische Solidarisierung. Wobei man muss aufpassen, die müssen also auch sparsam umgehen mit dem Geld. Wenn ich da den Palazzo anschauen in Chur für das Retische Fernsehen, also Entschuldigung, das ist also mit der grossen Kelle angerichtet. Und der Walpen, der hier der oberste Chef war, hatte noch einen extra Saal, einen Walpensaal, oder? Ein Saal Walpen, ja. Ein Saal Walpen, ich meine, so etwas Eigenartiges das ist. Ja, das hat man früher für Könige gemacht und so, aber nicht für... Aber glauben Sie, also der Widerstand, man hat es ja gesehen, im Kanton Zürich, der SVP ist ja glaube ich 230 gegen 6. Das ist ja praktisch ein kommunistisches Resultat. Das ist ja schon erstaunlich, oder? Ja, das ist erstaunlich, das hat mich auch gewundert. Ich war also nicht, ich konnte nicht am gleichen Abend eine andere Veranstaltung auswärts gehen, aber es ist, und jetzt der Gewerbeverband auch, mit 2 zu 1 Verhältnissen, ist auch interessant, oder? Es kommt ja alles irgendwie ins Rutschen, oder? Ja, aber es ist eben schon die letzte Vorlage, die man hatte beim SRG-Gesetz, das hat man auch durchgedrückt. Und ich muss sagen, wir Gegner sind eigentlich auch etwas zu zaghaft gewesen. Man hat es vielleicht noch runtergebracht. Wir haben gesagt, ja doch, das wird sowieso angenommen. Da muss man gar nichts machen, oder? Das lohnt sich jetzt nicht. Und es ist noch fast durchgekehrt, oder? 3'000 Stimmen waren es am Schluss, oder? Ja, 3'000 Stimmen waren es am Schluss, oder? Und jetzt geht man weiter, oder? Und jetzt macht man noch einen Trick, das gehört ja auch dazu. Man sagt, ja, wir gehen 85 Franken runter. Jetzt müsst ihr weniger zahlen, seht ihr? Das tut ja noch gut. 350 Franken jeden Tag in Franken, ja. Und sagen, jetzt ist es 365 Franken. Also jeden Tag einen Stutz müsst ihr zahlen. Das ist ein Werbebüro, das das gemacht hat, ist ja klar. Aber sie sagen, ja, das ist jetzt zufällig zu werden. Nein, das ist jetzt gerade 300 Franken. Ja, natürlich. Alle! Weiter nie einem Politiker zugeben, dass das ein Werbebüro gemacht hat. Und dass es ein Werbegag ist. Aber das wissen die Leute auch, dass Politiker das nicht sagen. Und ich sage, also da muss jetzt mal ein Zeichen gesetzt werden, damit man von einem anfangen kann. Das wird nicht so sein, dass es noch kein Fernsehen mehr gibt. Eben, wenn ich das jetzt angenommen würde. Es gäbe keine Gebühren mehr. Ja. Müsst dann das Fernsehen den Betrieb einstellen? Oder was würde passieren konkret? Also, ja, nicht Profet. Aber ich, so wie ich die politische Landschaft kenne, würde in kurzer Zeit eine Vorlage gemacht, wo eben den ganzen Salat mal auseinandernimmt. Ich meine, was ist die Aufgabe vom Fernsehen? Oder? Wir brauchen ein Fernsehen in der Schweiz. Und die Schweiz ist ein kleines Land. Es mag allerdings nicht drei oder vier Fernsehleiden, wo eine qualitativ hochstehende Sendung macht, über die Weltwirtschaft, über die Weltpolitik. Da fehlen dann die Journalisten und die Kenntnisse. Das könnte die kleinen Fernseher auch nicht machen. Aber mal schauen, was können denn eigentlich Private machen? Was können die Zeitungen machen? Was braucht es vom Fernsehen? Da muss man halt, wenn man schon etwas staatliches macht, muss man es begrenzen. Und heute ist es quasi begrenzungslos, oder? Die sagen einfach immer, da müssen wir aufpassen, da kommt einer mit einem Fernseher. Und da müssen wir auch etwas machen, damit der keine Chance hat. Und da wird vor sich her gewurstet und am Schluss hat man eine Situation, wo alle miteinander unzufrieden sind. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da hat es natürlich verschiedene Beweggründe, oder? Da hat es auch Leute, die sagen, ja, der rastet hier der linke Zeug, wo jetzt ist. Also Radio kenne ich. Ich meine, da muss ich sagen, wenn ich das höre. Also zum Beispiel an einem Tag bin ich da ins Geschäft gefahren. Ich glaube den ganzen Tag im Radio. Ich glaube die RS 2 war es, ich weiss es nicht mehr. Eine Sendung über Che Guevara, das ist ja... Che Guevara, ja, der Revolutionsheld. Die Linke, die Millionen von Opfern auf dem Buckel hat, oder? Die ja nichts zu tun hat mit der Schweiz. Die aber der Heilige war vom Ziegler und von den linken Sozialisten. Der ist gewürdigt worden. Ich weiss nicht mehr, welchen Todes-Tag das war. Weisst du das, der 40? Nein, nein, ich glaube der 100. Geburtstag. So etwas war es. Der 100. Geburtstag, gut. Also... Nein, der 50. Todes-Tage war es, glaube ich. So etwas. Das war vor zwei Wochen. Ja gut. Und dann habe ich gesehen, was hat denn das zu tun. Und dann haben sie den ganzen Tag eine Sendung gemacht. Und der vergüttert. Und ich sage, ja, wir werden es jetzt sehen, machen die auch einen Tag. 25 Jahre Europa-Abstimmung 1992. Das betrifft ja die Schweiz. Und wenn sie es machen, dann kann ich Ihnen sagen, da reden vor allem die, die verloren haben. Reden dann. Das kann ich jetzt schon garantieren. Und die Einseitigkeit, die plagt dann ein Teil der Leute, oder? Dann gibt es andere, die haben die Programme, dann kommt natürlich die Verzerrung mit der Presse. Machen sie da so eine... Meira heisst das, glaube ich. Werbevermachtung mit der Swisscom, Ringgier... Ja, Swisscom, auch ein Staatsunternehmen. SRG, auch ein Staatsunternehmen. Und Ringgier. Mit der Ringgier, macht das auch noch mit. Oder? Und nehmen, machen gezielte Werbung, wo du plötzlich ein Kump bist, ohne dass du das merkst, oder? Weil das ist alles... Alles... Und da wird dir ein wenig unheimlich. Ja, jetzt geht es nochmal, wieso machen jetzt die das? Und wenn der Staat dabei ist, dann bist du immer machtlos, oder? Weil es gibt ja keinen anderen, der Konkurrenz machen kann. Das summiert sich darunter. Und ich bin der Meinung, die Initiative, ob es jetzt im Inhalten so richtig ist, oder nicht. Wir müssen aber neu anfangen. Also jetzt aber noch ein interessantes Thema. Früher haben wir immer gesagt, die SRG sei ein Teil vom Zusammenhalt der Schweiz. Also das ist wie eine Klammer, nationale Klammer hat es ja geheissen. Das spielt komischerweise immer weniger eine Rolle, oder? Ja, das ist ja ein Werbespruch, den sie vor allem selber klärt haben und alle Politiker haben es nachgekriegt, oder? Das ist ja salbisch voll. Ja, aber könnte es nicht sein, also wenn wir jetzt, wir können ja gleich zum nächsten Thema langsam rüber, wenn wir jetzt sehen, was jetzt in Katalonien passiert, oder in Italien, dass einzelne Regionen plötzlich weg wollen, dass auch in der Schweiz das Zusammengehörigkeitsgefühl immer weniger eine Rolle spielt. Also dass irgendein Deutschschweizer mit Romers eigentlich nichts zu tun hat, und umgekehrt. Ja, das ist aber immer etwas so gewesen, darum sind wir Föderalisten. Darum geht es in den Schweizer gut, obwohl wir so verschieden sind. Also der Kämpfer hat mit dem Ape Zylinderrödler nichts zu tun, oder? Da steht er auf jeden Fall ferner als Deutschland, der Ape Zylinderrödler, oder Frankreich als Kämpfer. Das ist ja das Messe vom Föderalismus, von der Kantonale. Die Kantone müssen auch ein wenig handeln, nach ihrer Art, nach ihrer Sitte. Und der Föderalismus ist nicht so, dass alle Kantone gleich sind, sondern Föderalismus ist, dass alle Kantone verschieden sein können. Aber Tessari hatte ja trotzdem die Funktion, dass man ein Verständnis hat, von der Ape Zylinder für den Genf. Ja, aber auch die Zeitungen haben das auch. Die Zeitungen beschreiben auch, wie es in Genf ist und so weiter. Also wegen dem braucht es ein SRG nicht. Aber es stimmt natürlich, dass mit dem Aufkommen vom Fernsehen, das ist ein teueres Apparat. Namentlich auch aussenpolitische Sachen haben die natürlich eine Bedeutung. Wenn sie das Recht machen, sie können recherchieren. Und wenn ich jetzt ganz zurückgegangen in meine Jugend, oder? Da sind doch ein grosser Teil der Schweizer Familie hat man am 4. ab 12 Uhr gegessen. Weil um halb eins kommen Nachrichten. Gut, das ist heute noch der Fall. Bei meinen Eltern, ja. Ja. Und dann hat man während dem Mittagessen die Nachrichten gehört. Bin ich ins Bild gesetzt worden, was da in der Schweiz geht, was im Ausland geht, sehr seriös und ohne grosse ideologische Kommentare. Und das wird natürlich heute, wenn sie sagen, bei meinen Eltern sind ältere Leute. Aber die Jungen, die müssen nicht mehr um halb eins nachrichten hören. Die haben ja den ganzen Tag diese Informationen. Also das Fernsehen ist natürlich auch unter Druck von dieser Seite. Dann können ja die Leute heute in der Schweiz, ich weiss nicht, wie viele Programme, die können schauen. 30, 40, 60, wenn die amerikanische Fernsehe schauen und deutsches Fernsehen und französisches. Also es ist natürlich sage ich muttisch so gross geworden, dass Fernsehen natürlich auch nicht mehr diese Bedeutung hat. Aber ich gebe ihnen recht, zum die Schweiz zusammenhalten, ist es ja auch wichtig, dass man schweizerische Sicht hat. Aber wenn ich jetzt das Fernsehen, die Sendung am Radio angehört habe, hat man dann noch einmal gesagt, im Fernsehen sei das auch noch gekommen mit dem Che Guevara, der ist dann auch noch gewürdigt worden. Gut, der ist überall gewürdigt worden. Ja, aber mit der Intensität, dass man den auch würdigt ist, habe ich auch nichts dagegen. Aber, die Schweizer interessieren sich auch für die Schweiz und sagen, das ist ja ein Schweizer Fernsehen, oder? Und da müssen sie sich halt selber überlegen, wenn sie eine Klammernfunktion haben müssten wir mal überlegen, was ist denn die Klammern eigentlich? Wobei ich das also nicht überschätze. Also eine Schweiz ohne das Fernsehen alleine würde nicht zusammen fallen. Aber jetzt gleich mal, das ist doch eine Grundfrage, das ist doch eine interessante Frage, jeder am 1. August redet. Was hält denn eigentlich die Schweiz zusammen schlussendlich? Ich meine, Sie haben ja gesagt, zwei Extreme, Appenzell und Genf. Ja. die Schweiz hält zusammen, dass der Wille von all den Regionen, die wollen Schweizer sein. Wenn die nicht mehr Schweizer sein, wollen sie auch wieder. Also, aber... Warum wollen sie denn Schweizer sein? Ja, weil es ihnen besser geht, als wenn es... Es ist eine ökonomische Frage. Ja, ökonomische, aber auch freiheitliche natürlich. Und, was man unterschätzt, ist Gemeindeautonomie und... und... den Föderalismus. Ich sehe hier, wir haben ja viele ausländische Manager, die in der Schweiz tätig sind, in den grossen Unternehmen. Sie haben ja heute, glaube ich, 62% von den grössten Unternehmen sind Ausländer an der Spitze. Und die Schweiz kann man ja nicht recht verstehen als Ausländer. Das habe ich immer gemerkt. Das ist ja schwierig, oder? Aber die haben gar keinen Sinn für eine Gemeindeautonomie. Oder für die Verschiedenheiten der Kantone. Wir lachen. Was habt ihr? So viele Schuhenordnungen? So viele Steuerordnungen? Nein, das kann ja nicht möglich sein. Oder? Begriffen auch. Der Einheit, ich denke, der will alles gleich haben. Aber das ist ganz wichtig für die Schweiz. Wir können selber bestimmen in der Gemeinde, an der Gemeindeversammlung über die Gemeindesteuer. Wir können, wenn die Gemeinde eine Strasse bauen will, und der Kredit für eine breitere Strasse und wir sind für eine schmälere, dann können wir an die Gemeindeversammlung sagen, nein, oder nur eine Abstimmung, ist ja gleich. Und das darf man nicht unterschätzen, dass in den kleinen Verhältnissen die Leute eben sind. Und wenn man jetzt sieht, hier die Katalanien, oder? Wenn die vorgehen, die Spanier, dann ist es absolut unschweizerisch. So etwas, dass man sagt, was, ihr wollt abstimmen? Das ist verboten. Du darfst nicht einmal über etwas abstimmen. Du kannst ja eine Abstimmung machen, auch wenn du weisst, es ist keine Rechtsgültigkeit. Das waren die Italiener etwas anders, oder? Ja, die Italiener sind viel geschickter. Die haben gesagt, ja, so Autonomie gibt es keine, ich kenne, das wisst ihr auch. Die können schon abstimmen, aber es gilt dann nicht. Aber konsultativ. Und die haben jetzt abstimmt. Und auch was? Ja, jetzt sind wir genau, aber etwa 95% von den Norditalienern haben gesagt, wir möchten einen eigenen Staat. Wir haben nichts mehr zu tun mit Italien im Süden. Und da muss man ja auch, wer Italien kennt, muss ja auch etwas Verständnis haben für das. Wenn sie das Norditalienisch anschauen, rein wirtschaftlich, wenn sie mal auf Coma und so weiter. Das ist ja unglaublich, wie tüchtig, dass da die Italiener sind. Und dann gehen sie in den Süden, oder? Sagen die ja, wir schicken ja das Geld auf Rom, und das ist für die, für die, also so reden sie dann. Das ist für die faulen Reiben da im Süden unten, hier, Mafia und alles, oder? Also, und, weil sie natürlich keinen Föderalismus haben, wenn sie zum Föderalismus können sie im Norden sagen, ja, wir sind jetzt reich, und, ja, aber die da unten, die können auch eine eigene Ordnung haben. Und das ist das Problem auch von der EU, dass sie alles gleich wollen, das sieht man mit dem Euro. Darum kommen die Länder, also, Griechenland muss doch und wir können sagen, die kommen ja selber zum Dreck aus. Gut, sie ist ja auch verdeckt, ist es natürlich auch, sie zahlen natürlich, die Deutschen zahlen natürlich noch mehr Summen, dass die, dass die, nicht kaputt gehen können, aber sie haben einen starken Euro, und weil man den Euro nicht ab, weil, weil man so unterschiedliche Regionen zusammengebunden hat, führt es zu dem, Italien natürlich auch, wie Memolette, Italien abgewertet, ihre Ligen, vor allem, immer dauernd abgewertet, es ist immer, immer weniger wert, aber dafür haben sie wieder können wirtschaftlich zu der Sache auskommen. Und, das ist, das, das ist der, der Hintergrund, sind jetzt vom Fernsehen aus gegangen, äh, die Schweizerische, äh, Zusammenhalt, ist, die Freiheit verschieden sein zu können, und, die Leute haben doch das Gefühl, man könne mehr stimmen, und, der Grossteil der Leute ist nämlich zufrieden, mit dem, mit dem Land, wo das Volk abstimmt und so, auch wenn man immer mehr sollte, und, auseinandersetzungen, und, das hängt, das hält die Schweiz zusammen, oder? Also, sehr spannend, wir werden, sicher in der nächsten Sendung nochmal über Katalonien mal vertiefst noch reden, das ist, Dele Blocher gewesen, die 530-ische Sendung, hat mich gefreut, dass Sie zugeschaut haben, wir sehen uns wieder, nächste Woche, gleiche Zeit, ein schönes Wochenende.